Joa, natürlich, Alter, was zur Hölle haben wir bitte heute für einen kranken Shop drin? Richtig viele geile neue Items, sogar eine animierte Lackierung. Richtig, richtig cool. Ich zeige euch jetzt mal hier alles nacheinander. Erstmal der Luminos, richtig geiler männlicher Skin. Finde ich cool, ich muss aber sagen, dass ich den Backpack von der Weiblichen noch besser finde. Werde ich euch gleich zeigen. Dann noch die Astral-Axt, endlich mal wieder eine geile Hacke mit einem geilen Sound. Jetzt Realtalk, Leute. Die letzten Hacken haben mich echt alle nicht umgehauen. Die hier ist wirklich mega, mega Premium. Also, diese ganzen Effekte und auch der Sound ist endlich mal geil. Achtung. Klar, 1200 ist schon ein heftiger Preis, aber ich würde mir eher mal eine geile Hacke holen, als mir mega Röschung von den schlechten. Deswegen, die kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dazu haben wir noch einen ultimativ heftigen Skin. Vor allen Dingen wegen diesen richtig heftigen Flügeln hier auf dem Rücken, diese Schmetterlingsflügel. In Anlehnung wahrscheinlich an das Butterfly-Event, dieses Live-Event damals über Loot Lake mit diesem Cube mit Kevin, mit diesem riesigen lila Würfel. Da gab es ja so ein Live-Event und das endete mit diesen komischen Schmetterlingen. Es gab ja nicht so viele Infos dazu, was es genau sein sollte. Aber heute ist ja auch das nächste Live-Event, auch in Loot Lake. Und heute haben wir einfach einen Skin drin mit diesen Schmetterlingsflügeln und die schauen einfach mal richtig geil aus. Auf jeden Fall einer der besten Backpacks in Fortnite. Für 1200 Live-Event würde ich mir auf jeden Fall safe gönnen, vor allen Dingen, weil auch der Skin hier noch so leicht animiert ist. Ich zoome mal hier so ein bisschen ran. Dann seht ihr hier, auch die Oberfläche von dem Skin ist so animiert und auch der Skin selbst schaut auch mega geil aus. Also beide Skins sind cool, aber ich finde für den Preis vor allen Dingen den weiblichen hier nochmal ein Stückchen besser. Und deswegen werde ich auch heute das mal so machen, dass ihr entscheiden könnt, welchen Skin ihr hier in der Verlosung haben wollt. Ich verschenke also quasi heute einmal ein Item eurer Wahl, zum Beispiel halt einen der bei neuen Skins oder was gleich noch kommen wird. Gleiter, Haku und so weiter. Wenn ihr davon heute was kostenlos haben wollt, alles was zu tun müsst, um die WeWorks zu bekommen, ist einfach nur kurz in den Frontline-Shop zu gehen und dort Snoxy heute einzutragen. Also kurz Frontline starten, in den Shop gehen, dort Snoxy als Creator eintragen, wie mein Kanal heißt, also Snox und ein I ans Ende dran. Und dann auf das Item eurer Wahl gehen, also zum Beispiel hier, wenn ihr sagt, ich will den Traum-Skin heute haben, dann einfach mit eurem Handy ein Foto machen beim Traum-Skin, wie hier nämlich unten steht, mit diesem Kauf unterstützt du Snoxy, wie hier Snoxy als Creator eintragen ist. Davon macht ihr einfach mit eurem Handy ein Foto und schickt mir das Foto dann auf Instagram. Auf Instagram heiße ich Snox, also wieder ohne das I am Ende dran. Genau, dann schickt ihr mir einfach ein Foto, wie ihr hier bei dem Item eurer Wahl, zum Beispiel einem Skin hier, Snoxy als Creator hier unten eingetragen habt. Und alle Leute, die mir dann bis heute Abend dieses Bild geschickt haben, wie sie Snoxy als Creator eingetragen haben, die können dann heute ein Item ihrer Wahl gewinnen. Zum Beispiel auch hier die neue Lackierung, die finde ich, muss ich sagen, am schwächsten aus dem ganzen Zeit. Auch wenn sie animiert ist, finde ich die Animation leider nicht besonders krass. Es schaut zwar cool aus, aber das sollte ein bisschen stärker leuchten und ein bisschen schneller gehen. Dann wäre es sicherlich eine richtige Lackierung. So ist sie in Ordnung, für 500 auf jeden Fall okay. Aber ich finde, es hätte nochmal deutlich cooler sein können. Also das ist wieder so eine leicht vergebene Chance, aber schlecht ist die Lackierung jetzt auf jeden Fall nicht. Was ich auf jeden Fall noch mega geil finde, ist der neue Gleiter. Arcana heißt der. Und der schaut echt ziemlich cool aus. Der Preis ist natürlich auch wieder ordentlich, aber diese Lichteffekte schauen schon ziemlich cooler aus. Und auch hier wieder so Schmetterlingsflüge. Ich bin mal echt gespannt, ob da heute was mit diesem Schmetterlings-Event wieder weitergeht. Das ist ja auch wieder in Loot Lake heute um 21 Uhr, falls ihr das nicht mehr bekommen habt. Soll dieses große Vulkan-Event sein. Da soll der Vulkan ausbrechen. Vielleicht dann Titter Towers und Loot Lake, äh Loot Lake und Retail Row, laut den Leaks dann zerstört werden. Ob das halt wirklich passiert, werden wir heute Abend sehen. Und wir haben, das kann ich auch direkt mal kurz zeigen, hier diese Easter Egg-Hacke. Und zwar auf der Rückseite, hier auf dieser Hacke steht Delete Tilted drauf. Was, sag ich mal, heute natürlich am passendsten sein könnte, weil heute könnte wirklich Tilted untergehen. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt und freue mich drauf. Und finde es auch cool, dass wir hier so passende Items heute da so reinpacken zu diesem Butterfly-Event. Ähm, wie gesagt, falls ihr heute davon was haben wollt, also falls ihr heute zum Beispiel hier einen der neuen Skins hier heute haben wollt, ihr könnt euch das aussuchen. Alles, was ihr tun müsst, ist mir einfach ein Foto zuschicken, wie hier unten dieses mit dem Kauf unterstützte Snoxy steht. Also Snoxy kurz als Creator im Vordergrundschub eintragen und dann ein Foto machen, wie hier unten bei dem Item eurer Wahl. Also sagen wir mal zum Beispiel, ihr wollt hier den neuen Gleiter haben. Dafür macht ihr einfach ein Foto und schickt mir das jetzt schnell auf Instagram. Jeder, der mir das heute Abend geschickt hat, kann dann heute hier die Vieweracks gewinnen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter nämlich mit den Marvel Skins. Ich denke mal, die habt ihr alle schon zu Genüge jetzt gesehen. Die waren so viele Tage nacheinander drin. Ich gehe sie mal trotzdem kurz alle nacheinander durch. Der Emote. Milano. Der Gleiter. Die Hacke. Das Black Widow Outfit. Die Hacke von der Black Widow. Der Widow Emote. Und dann sind wir durch mit dem Starlord wieder. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der jetzt heute oder morgen zum letzten Mal drin sein wird. Also falls ihr davon euch irgendwas holen wollt, würde ich es auf jeden Fall heute holen. Wer weiß, ob die Marvel Skins jemals wiederkommen werden. Zum Beispiel Marshmallow wird der, denke ich mal, auch nicht mehr wiederkommen. Fangen wir an mit dem Frackplünderer und seiner Flasche auf dem Rücken. Ich finde die Flasche ganz cool. Den Skin feiere ich eher nicht so. Weiterhin noch Battle Passstufen. Immer noch für 600 V-Bucks. Dann Wacken Emote. Für 500 der Breakdance. Für 800 Fastball mit diesen kleinen Baseballschläger auf dem Rücken. Und als letztes, wie gesagt, die Hackweise-Hacke, die ich mir sogar heute gekauft habe, wegen dem Event. Weil hier hinten halt die Liedtitte draufsteht. Finde ich ein ganz cooles Easter Egg, deswegen habe ich mir die heute geholt. Und jo, das war es dann schon zum heutigen Frackplünderer Shop. Wie gesagt, falls ihr heute die V-Bucks gewinnen wollt, geht jetzt schnell in den Frackplünderer Shop. Tag es noch sie ein und schickt mir das Foto. Wenn ihr heute hier die kostenlosen V-Bucks haben wollt, ja, macht das gerne jetzt noch schnell. Und dann würde ich sagen, danke für's Zuschauen. Tschüss! Tschüss! Tschüss!